Musik 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 Jetzt haben wir unseren Reiseleiter da im Waldler aus der grünen Steiermark und der wird uns jetzt kurz was erzählen. Naja, ich freue mich, dass ich mit euch fahren darf, nicht in die Niederösterreicher, aber man kann wobleiben, da klären wir mal. Da hinten rein ist der Drechling, da vorne ist der Primitz, der hat 1.800, der Gräuchling hat 1.500, der hat 2.800 Riga plus und da vor uns ist die Mesnerin, das ist der Gärnerin mit 1.500. Super. Jetzt gehen wir weiter in den grünen Steier rein und jetzt werden wir oft ein wenig reinhupfen und ein wenig schwimmen. Das ist eine gute Idee, danke Walter, super. 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 Wir sind hier im grünen See und das ist eine grüne Lacke, alles ausgetrocknet. Ausgekommen. Jawohl. Kann man nichts machen. Schauen wir weiter, Frohenheit. Das ist eine gute Idee, danke Walter, super. Schöne Christbäume. Gefällt dir diese Christbäume? Ja. Einer schöner als der andere. Das ist eine gute Idee. Ja, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Die Idee. Da geht uns. Das ist eine gute Idee. Schöne Christbäume. Schöne Christbäume. Die Mesa rein. 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 Die ist komplett nach dem Felsen. Und der Wank ist alles durchs Fernrohr. Das muss loppen. Jawohl. Aus Holz. Das sieht man noch besser. Es ist alles klar. Es ist alles klar. Es ist alles klar. Es ist sicher Messation. 束��le. Untertitelung des ZDF, 2020